Ich hoffe, ich hoffe bloß, mein Gott, die Skelette können ja auch ankotzen. Wo kommt der zum WZ? Alter Schreck. Okay, gut. Abbon, abbon, nein! Shit. Okay, 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 okay. Jetzt abbon! Okay, immer nur nicht. Immer nur nicht das letzte. Ich muss mir mal angewöhnen, nicht so echt vom Mikro immer wegzugehen. Okay, okay. Halt, ich hab' die Kiste noch gar nicht erlebt. Doch, hab' ich schon. Geht's weg! 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 30, Level 30 schon. Passt, passt, passt. Okay, das ist die letzte Stufe. Ich baue hier erstmal das zu. Denn wer weiß, was gleich passieren wird. Jetzt muss ich gucken. Oder muss ich mich gleich informieren, wo oder auf welcher Seite denn Wasser ist. so, 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 so. Also auf der Seite? Nee. Aber auf der Seite. Wie markiere ich das jetzt? Ich glaub' einfach mal. So. So. Viel Schaden zufügen. Immer mit dem Bogen, weil der Bogen macht ziemlich viel Schaden. So. Zwei Schüsse noch. Und tot. Und tot. Er ist weg. Hey, was? Ah, jetzt ist er schon tot. Okay. Oh, oh. Okay. Raus. Ahhhh. Miau. Puh, puh, puh. Das finde ich ja echt das Schlimmste, dass die Tür mit da zusammenfallen oder explodieren. Puh. Ich sag's, das war so grün. Puh. Okay, wir haben's geschafft. Jetzt kann ich hier mal ganz in Ruhe. Was ist denn das da? Spawny Locked. Jocobo. 24 Diamanten. Ender Shield. Oh. Goldene Äpfel. Was man da alles bekommt. Ich hab hier doch Bottle of Enchanting. Kann ich das dann gar nicht rein? So. Okay, jetzt sind die beide voll. So. Sammle ich das hier mal noch ein. rein. Und dann guck ich mal, was grad... Ah, am Handybos war. Ja, okay. Nicht so wichtig. Mann. Gott, wo sind wir denn hier? Jetzt tu ich hier mal... Fliege ich mal ein bisschen hier mit meinem Electric Stuff rum. Ach, davon mach ich mal mein Handy auf laut los! So, jetzt. Wartet. Wartet, da war der Turm. Wow, leck. Oh Gott, das wird das so ein Portal. Leut ist eingegraben. hallo spinne ich gucke jetzt leuchtet sind das eigentlich neid blumen okay schon lustig jetzt verfolgt mich der skelett finde ich nicht so gut und ich glaube uns essen brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu kommen also die schweine die lasse jetzt einfach mal an leben sind das jetzt jetzt haben wir auch noch zweimal da stehen oh gott ich habe schon gesehen wie viele sporn oder drin sind okay ganz schlecht alter 4s borner man kann so übertreiben leute es geht jetzt nach unten ok also ich sitze jetzt sozusagen den gang nach den gang nach unten das sind schweine oh gott oh gott alter 4s borner das sind pico spawner ab und ab und ab und oh gott zu viel was ich auch glaube was die 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 was mir gerade auch auffällt die cracker knight holst du die geht auch alter wie viel kommt denn da die geht auch viel langsamer kaputt scheint mir so zumindest als die normale sind das was sind das da hinten ein baum ich sehe das nicht ohne ob die vereint ist ein bisschen scheiße aber schokopädie ist egal ich nehme es einfach mal mit creeper ok jetzt wahrscheinlich einfach nur umgekehrt einfach so ein turm nach unten alter überträgt es mal nicht bum 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 so was oh mach mal mach mal haupt übertreibt es halt mit den skeletten übertreibt es mit dem es gibt ja sicher ich bin ich für die nicht aber richtig da 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 backen spielen ok erst mal abbauen wo ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich da essen essen na na ja jeder genau gleich weiter wie letztes Mal wahrscheinlich oh alter das ist ja ganz dunkel ert ich bin es mit Absicht oh , mama OH oh Oh!